Hi Leute, ich bin gerade hier ein bisschen draußen und wollte euch einfach mal hier das schöne Fels zeigen. Das ist meine Strecke zum Einkaufen. Hier ist es echt immer noch schön still und der Raps blüht. Schau euch das mal an, leider ist er jetzt gar nicht mehr so gelb. Aber es war echt voll genial vor ein paar Tagen, wo der so richtig gelb war. Das war so strahlend, so genial. Ich wollte euch auch noch daran erinnern, dass der Detox-Kurs jetzt, letzter Tag, die Anmeldung, wo er noch vergünstigt 20 Euro kommt. Und ihr könnt auch noch heute bis 12 Uhr in die Lektion das Lymphsystem reinschauen von Tag 2. Also wenn ihr euch die anschauen mögt und da schon Infos wollt, wie das Lymphsystem abläuft, wie der Körper sich reinigt, wie diese Müllabfuhr vom Körper funktioniert und wie ihr das Ganze unterstützen könnt. Eins ist zum Beispiel die Sonne hier. Einfach, dass der Körper sich reinigen kann, Sonnenbäder, ist so gut. Auch die frische Luft natürlich und die Bewegung. Bringt das Lymphsystem in Schwung. Denn es kommt nur in Schwung, wenn du dich bewegst. Es läuft nicht von alleine. Ansonsten macht's gut Leute. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.